Das ist die Gelegenheit. Breda muss die Truppen bewegen, damit der Weg zum Wasserfall frei wird. Aber wie sage ich ihr das, ohne dass er es mitbekommt? Sie ist so, wie ich sie vor zwei Tagen zurückgelassen habe. Können wir das Ding wieder aufschneiden? Ich mache nur einen kleinen Riss. Das kann nicht dein Ernst sein. Das entspricht nicht der hohen Kunst der Strategie, wie ich sie dich gelehrt habe. Oh Gott, er hasst sie. Ich glaube, du hieltest uns absichtlich auf. Aber was ist, wenn sie wirklich einen Dämon beschworen haben? Dämonen sind chaotische Wesen. Sie handeln nicht nach unseren Regeln. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Nun gut. Aber sei dir bewusst, du wandelst auf einem sehr schmalen Grat. Ich habe dir die Befehlsgewalt aus purem Vertrauen in deine Fähigkeiten übertragen. Ich kann sie dir jederzeit wieder wegnehmen. Die Zukunft unseres Königreichs steht auf dem Spiel. Jeder Typ gibt mir auf die Nerven. Als ob dieses stinkende Loch je eine Zukunft hatte. Dies ist deine letzte Chance. Oh Gott. Wie lautet dein nächster Befehl? Hm. Ich muss ihr irgendwie ein Zeichen geben. Ich komme nicht ran. Spanne den Bogen ja nicht zu weit. Ich warte. Oh Gott, wie geben wir ihr denn ein Zeichen? Oh Gott. Okay, da ist nichts dran. Ist ja sonst noch irgendwas. Zeltwand, scheiße. Wie geben wir ihr denn ein Zeichen? Ich will zum Himmel, dass ich das füge. Okay. Ich brauche auf jeden Fall die Lampe. Ey, es tut mir leid, dass ich nachgucken muss. Es geht einfach nicht anders. Ähm. Die Situation ist folgende. Wir haben keinen Überblick über die nördlichen Wälder. Gleichzeitig dürfen wir uns nicht zu weit von der Stadt entfernen und deren Schutz gefährden. Ich bin dafür, einzelne Spähtrupps vorzuschicken. Andraus Gruppe soll aus der Region nördlich der Steine abrücken und Richtung Steineichenwald aufbrechen. Das würde eine Schneise in unserer Aufstellung schlagen. Man könnte sich leichter an uns vorbeischleichen. Aber die Stadt wäre gesichert. Es herrscht viel Angst und Wut in den Truppen. Wir dürfen nicht kopflos unsere Sicherheit aufs Spiel setzen. Gut. Ich werde dem Befehl geben. Aber wenn ich merke, dass das ein gezielter Verwirrungsversuch war, dann gnaden dir die Götter. Wir sprechen dann von Hochverrat. Ich möchte deinen Kopf nicht unter einem Beil wiedersehen. Keine Sorge. So weit wird es nicht kommen. So weit wird es nicht kommen. Gehren, warte. Es tut mir leid, dass ich dir so viel Ärger bereite. Ach, Unsinn. Wir haben ein Problem. Ein zweiter Suchtrupp soll Richtung Wasserfall aufbrechen. Ich soll ihn leiten. Verdammt. Fahy ist dort. Ja. Ich werde versuchen, sie vom Weg abzubringen. Aber das wird nicht leicht. Haltet euch ruhig. Ich kümmere mich um den Rest. Nicht ganz so spannend wie in der gorischen Wüste, aber immerhin. Wir sehen uns. Mhm. Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Uiuiuiui, das kann ja noch was werden. Ich muss sagen, Giacomo hat nicht zu viel versprochen. Du bist ein wahrer Held, Geron. Ich stehe tief in deiner Schuld. Freu dich nicht zu früh. Noch ist Bredas Suchtrupp in der Nähe. Wir müssen vorsichtig sein. Wenn die Nacht rum ist, werden wir Andergast verlassen. Viel zu kaltes Wetter. Und die Leute haben keine Ahnung von Gastfurt. Oh ja. Oh ja. Aber was ist mit unserem Abkommen? Das ist geplatzt. Was? Ich meine damit, du musst das Rätsel nicht mehr lösen. Wie? Wir müssen das Rätsel nicht mehr lösen. Du hast meine Tochter gerettet. Das ist mehr, als ich jemals von dir verlangt habe. Heißt das, du wirst Nuri zurückverwandeln? Ja. Das heißt, nein. Nicht ich werde es tun, sondern er. Oh nein. Keine Angst. Er ist ein Freund. Salam, Geron. Ich denke, die Zeit des Versteckspielens ist nun rum. Wer ist das? Aber er hat die Stimme vom Stab. Wer bist du? Oh, das ahnst du doch schon längst, nicht wahr? Einst ein Mensch, ein Entschauberstab und inzwischen irgendwie beides. Ich sehe schlimm aus. Aber bei weitem nicht so schlimm, wie die Dinge, die ich gesehen habe. Was willst du hier? Warum bist du hier ein Andergast? Was suchst du hier? Um das zu verstehen, musst du wissen, wie Satyas Geschichte zu Ende ging. Also bald. Ich fürchte, Geron ist raus aus unserem Geschäft. Wirklich? Schade. Ich kann mir vorstellen, du hast eine Menge Fragen. Richtig? Oh Gott! Wann soll man das denn alles auswählen? Versteinerung. Du hast all die Menschen versteinert. Richtig. Fahy und ich haben ein Abkommen. Er hilft mir, das Rätsel zu lösen und ich beschütze ihn vor unfreundlichem Gesindel. Diesen grauhaarigen Magister dagegen habe ich aus reinem Selbstschutz versteinert. Er hatte den Rubin meiner Prinzessin geraubt. Ich wollte ihn zurück. Wieso lebst du so lange? Auch in dieser Form bin ich noch immer ein unzerstörbarer Zauberstab. Zeit allein wird mich nicht töten. Und ich hatte sehr viel Zeit in meinem Leben, in der mich niemand töten wollte. Geschweige denn wusste, dass ich überhaupt existiere. Ach, das ist so ein lieber Zauberstab. Das ist so ein toller Mann, ey. Mann, äh, Mann, Zauberstab. Was auch immer. Aber er ist immer so lieb. Er versucht immer noch, weil es seine Freundin war. Und, ja, was heißt, weil es seine gute Freundin war, versucht er immer noch zu helfen und zu gucken, dass sie nicht in Vergessenheit gerät. Das ist voll süß. Die Träume sind nicht Sathias Erinnerungen? Es sind deine. Sehr richtig. Daher konnte ich auch nie zeigen, was in Draconia geschah. Ich lag dort ja den lieben langen Tag auf einem Labortisch und blies Trübsal. Und blies Trübsal. Kann Zauberstab das überhaupt? Das ist so besonders an dem Rubin. Er war meiner Prinzessin heilig. Und damit auch mir. Zudem ist er der Schlüssel zur Maske. Wir könnten ihn noch brauchen. Er ist richtig clever. Ich mag ihn. Ich liebe den Zauberstab. Das habe ich schon das ganze Spiel lang gesagt. Ich liebe diesen Zauberstab. Ich habe genug von alledem. Ich will, dass du Nuri zurückverwandelst. Wieso kannst du das überhaupt? Ich habe es in den Astralströmen in der Gorischen Wüste gelernt. Sprich, wenn du bereit bist, und ich werde dir deinen Wunsch erfüllen. Ich bin bereit. Fehlt nur noch der Vogel. Aber wo ist Nuri? Nuri. 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 Du kommst gerade richtig. Wir haben es geschafft. Was denn? Der Stab. Ich meine dieser Mann. Er war der Stab. Wie auch immer. Er wird dich wieder in eine Fee verwandeln. Wieso denn in eine Fee? Und wer bist du überhaupt? Oh nein. Das ist schön, euch kennengelernt zu haben. Lebt wohl. Oh nein. Sie hat alles vergessen. Nuri. Komm zurück. Nein. Haben Sie das gehört? Da ist jemand am Wasserfall. Geron. Sie haben mich gehört. Ich werde mich darum kümmern. Nein. Tut es nicht. Es sind schon zu viele Menschen versteinert worden. Du willst, dass wir alle sterben? Nein, ich. Nuri. Macht irgendetwas. Aber vermeidet ein Blutvergießen. Kein Blutvergießen? Und keine versteinerten Angreifer? Dein Wunsch ist mir Befehl. Oh, ich. Was? Was? Es wurden noch mehr verwandelt. Dort. Im Hinter der Säulen steckt der Ptolemide. Er versucht sich wohl zu verstecken. Zerschlagt ihn. Nein, das werdet ihr nicht. Reda? Der war gut. Oh mein Gott. Neues Kapitel. Ich weiß, es ist jetzt Kapitel 7. Auch wenn ich kein Griechisch kann. Ich weiß es aber einfach, weil ich es kann. Ich bin so bescheid. Ich weiß. Es tut mir leid. Hört sich ja toll an. Der Vorhof der Niederhöllen. Aber ich sehe da unseren Stab. Hier haben sie dich also hingebracht. Ich habe dich seit Tagen gesucht. Schon wieder ein Einschlag. Ich beeile mich besser. Kapitel 6 Erfolg. Juhu. Wir haben es geschafft. Mann, ich bin einfach immer so. Es ist fast stumpf. Zu nichts zu gebrauchen. Ich brauche etwas Besseres. Kann man das irgendwie... Ich könnte ihn verschieben. Aber wohin? Warum sollte ich den Ständer dorthin schieben? Ich könnte ihn verschieben. Aber wohin? Durch da hin? Warum sollte ich den Ständer dorthin schieben? Oh Gott. Warum sollte ich den Ständer dorthin schieben? Ich weiß nicht. War vielleicht so eine Idee. Warum sollte ich den Ständer dorthin schieben? War nur so eine Idee. Warum sollte ich den Ständer dorthin schieben? War nur so eine Idee. Warum sollte ich den Ständer dorthin schieben? War nur so eine Idee. Es tut mir leid, dass ich Ideen habe. Langschwert, Ranke, Schwertschneider, okay. Alles klar, ich will keiner wissen, was ich gedacht habe. Streitkolben. Wurfmesser. Ne, wir haben auch das Wurfmesser mit bloßen Händen auf. Tut ja gar nicht weh. Überhaupt nicht. Ich könnte ihn verschieben, aber wohin? Nein, das geht nicht. Ja. Ja. Vielleicht ihn beranken. Und jetzt müssen wir ihn nur irgendwie beschweren, oder? Ich könnte ihn verschieben. Aber wohin? Warum sollte ich den Ständer dorthin schieben? Warum sollte ich den Ständer dorthin schieben? Warum sollte ich den Ständer dorthin schieben? Das Gewicht des Ständers könnte vielleicht den Schrank aufreißen. Aber ich habe nur eine Gelegenheit, es auszuprobieren. Ich muss sicher gehen, dass der Ständer so schwer ist, dass der Ständer so schwer ist, wie nur möglich ist. Schwertscheide. Wieso geht das nicht? Das ist echt lustig. Nein! Du sollst das da drin lassen! Ich möchte gerne, dass du das Ding da rein tust. Das hat sich jetzt komisch angehört. Nein! Das tut mir leid. Nein! Du sollst das da rein tun! Das geht nicht! So. Wir haben auch keinen Zauber und wir haben auch keine Maske mehr. Oh Gott, wie sollen wir das denn machen? Wir haben die Ranke. Vielleicht müssen wir die Ranke nochmal abmachen und vielleicht... Ach, die kann doch hier hochklettern. Ich weiß gar nicht, was die hat. Die stellt sich mal voll an. Die stellt sich richtig an, die Lady. Äh. 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 Das? Das? Es ist nicht so gedacht. Aber es geht. Verlängert der Kolben. Das hab ich jetzt irgendwie so eine Idee? Nein, 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 nein. Ja, ich auch nicht. Entschuldige bitte. Moment. Ja, sag das doch gleich. Ja, ich weiß, das ist nicht dein Weg. Das sagst du so oft in diesem Spiel. Ich kann da schon in und auswendig. Der Weg der Willkür ist nicht mein Weg. Oh mein Gott. Moment, wir nehmen uns mal ins Langstilherd nochmal raus. Geh schneller dahin. Lauf, lauf, Satya, lauf. Ich liebe die Satya. Satya ist toll. Es ist... Ich brauche... So. Geht doch. Ich habe das Gefühl, ich muss gleich wieder niesen. Okay, mein Gefühl war eindeutig richtig. So. Nein. Das und das. Die Schwertscheide ist geradezu kurz. Sie reicht nicht bis ans andere Ende. Eine Stütze allein wird den Schild nicht... Es ist immer noch... Mit dem Wurfstern passt das Schwert nicht mehr in die Scheide. Muss es aber auch nicht mehr. Jetzt können wir nach oben latschen. Sind nicht toll. Jetzt können wir uns das Ding hier schnappen. Und dann können wir wieder nach unten klettern. Kletter schneller! Dann sammeln wir den Shit hier wieder ein. Geht schneller! Schneller! So, ich möchte das gerne, bevor ich die Folge beende, noch zu Ende kriegen. Nein, wir müssen noch ein bisschen was da reintun. Du sollst das erst da reintun. Ich baue das Ding so. So. Jetzt können wir das Ding verschieben. Ich könnte ihn verschieben. Aber wohin? Das Gewicht des Ständers... Aber ich muss sicher... Oh geht. Ohne Zugehörige... Dann halt noch das Schild. Oh Gott, was sollen wir denn da sonst noch reinmachen? Schwert macht das keinen Sinn. Vielleicht ist Alkohol noch drauf. Nein, okay. Dann kümmern wir uns darum in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Dann redest du hier eine Runde weiter, wie wir das Ding am besten schwerer machen können. Es ist ein bisschen knifflig. Wie das ganze Spiel allerdings schon knifflig war. Ich denke, es wird jetzt in der nächsten Zeit irgendwann... Ja, ist okay. Wird es in der Zeit zu Ende gehen und heute mal ein bisschen länger. Aber bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge bei der Schwarze Auge Memoria.